Sie haben gut verteidigt, sehr kompakt und ja, heute haben wir nicht die Schlüssel gehabt, um unsere Chancen zu verwerten und um mehr Chancen zu kreieren. Und das muss das nächste Mal besser. Ich freue mich natürlich, dass er mit einem Tor reinkommt, jetzt auch sein erstes Bundesliga-Tor, nachdem er im Pokal auch schon gut gespielt hat. Er braucht natürlich Zeit, um sich zu entwickeln, aber solche Fortschritte und solche Erlebnisse tun natürlich gut. Sohn Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Uns hat einfach gefehlt, dass wir das Spiel über die Zeit bringen. Ich glaube, es waren noch vier Minuten zu spielen, da müssen wir einfach konsequenter sein, dem Gegner nicht mehr so viel Luft lassen und dann am Ende gehen wir mit einem 2-1 oder wir fahren mit einem 2-1 nach Hause und das wäre dann in Ordnung gewesen. Wir haben nicht so lange Zeit zum Hadern, muss ich schon wieder vorbereiten auf ein riesengroßes Spiel und dann nehmen wir uns vor, die zweiten drei Punkte einzufahren in der Champions League. Wir müssen da natürlich noch mehr Gas geben, als wir es heute getan haben.